Grüezi, mein Name ist Rose Werner von der Firma Caravero AG in Malters bei Luzern. Wir sind in der Vermietung, Verkauf, Service und Reparatur von Wohnmobilen tätig. Wir sind ein Familienbetrieb mit zurzeit 26 topmodernen Wohnmobilen von der Marke Detlefs und Sunlight in der Vermietung. Wir freuen uns auf Sie, rufen Sie uns an auf 941-360-1351 oder schreibt Sie uns ein Mail auf info.caravero.ch